Ulrich von allen Sönchen? Sie sind leise! So! Alle ja Löchens zum Community Zocken bzw weil wir so wenig sind es ist... Komm jetzt aber wir doch hier reden alle gleichzeitig Wir gegen den Rest! Wir gegen den Rest! Ja gleichzeitig, super so aber gleichzeitig lernen Wir gegen den Rest! Wir haben alle ein bisschen Delay Wir gegen den Rest Die hören das erst eine halbe Stunde später und antworten dann sofort und ich hab kein Delay da rum. Das ist halt einfach Standard. Schul-Latinsweg. Pfff. Ich hab... Boah, soll ich sowas trinken? Was ist da mit Sternenfrucht? Jan hat Pinkvorteil. Sternenfrucht? Warte mal. Ich hab ja noch nie gehört. Ach, scheiße, kann ich ja nicht so wechseln. Nein, mach wieder auf Gelb. Ja, will ich ja. Ich hab gedacht, ich kann selber auf Farbe finden und hab mich pink gemacht, wegen Pinkvorteil. Ja. So, wir spielen heute, wie gesagt, wir gehen den Rest, den Standard. C ist laufen. C ist laufen, genau. Counter-Strike laufen. Nehme ich erstmal Wettkampf. Und da ändert sich noch was in der Konstellation, weil wir können nur fünf Spieler sein im Moment. So, und wir starten. Ja, HG starten. Äh, nee, Hi Schnucki hat er geschrieben, deswegen HG und nicht HG. Ja, musst du schreiben, HG. Okay, ähm. Ja, komm. So. Dammit. Ist ein Wettkampffspiel. Ich muss annehmen. 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 Leute, annehmen. Ich hab angenommen. Gut. Alter, das zensier ich, das weißt du. Okay. Hätten wir, hätten wir versucht, wir erzählen können. Ey, ich zensier das, hätte keiner. Außerdem hast du es falsch geschrieben. Einer noch. Das zensier ich auch. Hey, Nahti. Hey, Nahti. Ja, Hey, Nahti. Was? Hey, Hey, Nahti. Hey, Nahti. Hey, Nahti. Und, 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 und. Na gut, Alter, Hey, Nahti. Link-Leiker Link-Leiker Link-Lecker Ich... Es war nicht U-Port Boah ich dachte... Ich dachte ich hatte keinen Instagram-Clown, denn da wäre ich ausgerüstet Ja, Spiel dann... Abge... 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 Fortfahren Server-Informationen... Ja? Server-Informationen... Ich glaube Sascha... Ja... Ja... Warum? Wow! Von der Seite... Von der Seite war das... Er ist mir hier eine Siegelsparrunde Ok ich bin totale Scheiße Ok ich bin totale Scheiße Ist doch eh noch die Auffärmfutze Ich hab ein Geschenk bekommen oder so Die Auffärmfutze, ja das ist toll Ich tu nicht schon was ist immer so Warte Ja, das fängt die ganze Zeit Ja, wir nehmen einfach wieder die Neg-Negas Ja, die Neg-Negas, die diesmal mit Stat-Trak Die mit Stat-Trak dieses Mal Ja, ich hab die Stat-Trak mal auslöstet Ich bin total scheiße aus mit dem in dem Spiel Das ist schon du bist Das ist nicht im Game Das ist so nervig, die ganzen AWP Und das Kinder Boah, das ist mich erschrocken Ich kann Dauer-AWP dem User nicht leiden Alter Schwede Ich kann ARK Dauer-User nicht leiden Ich hab eine Waffe gekauft und gestorben Ich muss gleich mal noch mal ein bisschen die FPS verbessern Ich muss gleich aufgeben Wer hat meine AWP genommen Ich hab die, ich hab die Hier kann ich sie aufheben Ich hab sie Ich hab sie Ja Ich hab noch ein Geschenk bekommen Ist richtig, ich hab das ja gesehen Das fängt so an der Aufwärmphase Ja, die Aufwärmphase Ach, das ist da oben da Ah, das ist eine Aufwärmphase Ja, das ist die Aufwärmphase Ja, das ist die Aufwärmphase Wettkampf ist nicht noch Wir müssen noch auf Minigam bewerten Ja, Minigam bewerten Hallo Hey, ich spawne immer permanent gleiche Stelle Bist du mal endlich drin? Ja Da hat ihr einen paar zu sehr zu gucken, ja? Das ist, das ist Das ist Ich guck schon zu Ah, dieser MSI, ne? Ich hab gehört, der war letzte Nacht scheiße Wenn es AWP sieht cool aus Spass Spass So Guck dir mal meine SG Impulse an Die sieht auch geil aus Ich, ich hab keine Chance Dieser kurz Gottalfried macht da Mhm Zählen die Kids jetzt eigentlich dazu auch schon? Nein Aufräumen hab ich bekommen Und noch ein Kill Ne, das war die Kick Ich hasse Ich wusste das Ich wusste das Das scheiße Die zählen nicht zur Kill dazu, oder? Nein, zählen sie nicht Hauptsache, sie stehen da die ganze Zeit Weil man spawnt aber auch immer an derselben Stelle, ne? Ja, weil wir Aufwärmphase Aufwärmphase Die Kill, sie zählen jetzt nicht dazu, ne? Ich hab den ersten Star-BP geholt, aufpassen So So Der macht voll Head-Nitching noch Alter, der macht Haha Ha ha Amoklaufstopper Aber Errungschaft kriegst du schon Wow Ja, ich hab auch grad Aufräumer bekommen irgendwie Wir haben gar kein Leute, schießt euch nicht selber an Achten, der ist 98 Kills mit seiner Waffe, Alter Was ist los mit dem? Äh, einer kommt aus dem Kunde Oh, okay Sascha, sorry für den Button Du hast jetzt 7 Tage gewonnen wahrscheinlich Wieso? Ne, ich kann auch connecten Ich bin kurz davor Ja Hast noch 44 Sekunden 41 Ja Komm, bitte, 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 bitte Lass mich connecten, ne? Komm, Rechner, bitte Wie viele Tage waren wir uns bekommen? Ja Ja, ja Ja, ja, weil er schon zu oft Deswegen gebannt worden ist Ja Weil mein Rechner einfach so kacke ist 26 Minuten hast du noch Ey, scheiße, das schau ich nicht mehr Ey, das ist ein Bot Voll der Kack Der Bot hat mich einfach getötet Ich hab keine, äh, wieso haben wir eigentlich keine Dings, ey Kein Radar Ja, schau ich nicht mehr Komm, Mann, in der Aufwärmfaser immer nicht Nicht mehr? 8 Sekunden Ne, schau ich nicht mehr Fuck Boah, voll der Kack, Alter Ach Nein So 24 Stunden Du hast 24 Stunden erhalten Ich bin noch drin Ja Ja Jetzt da sehe ich noch drin Alter Hä? Mini-Gambo hat das Spiel abgebrochen Und die Strafzeit für das Bandcamp-Matchmaking von 24 Stunden erhalten Ich bin gerade drin Ja, stellen Mini-Gambo dritte Terroristengruppe bei Ja, ich hab's auch gehabt Bei mir ist jetzt gerade ein Bug Ich hab die ganze Zeit irgendwie das eine Fenster Ah, ja, weil er, ja Ja, wegen mir wahrscheinlich Ey, ich kam gerade rein, Mann So'n Dreck Ja, geil, ne So läuft's, Alter Aufwärmfaser Ey, aber kein Radar Bei mir steht noch nix Das war CSGO Wie gegen die Rest Ja Aufwärmfaser Okay, der Witz wird Was wirklich, der Mann Bei mir steht noch nix Ja, dann lass es einfach probieren Geh mal kurz aus der Lobby raus Du gehst kurz Geh mal raus aus der Lobby, genau Da steht das Ding Ja, weil Ja, geh einfach mal raus, Sascha Ja, geh mal raus Ja, ich versuch's grad Ja, hab ich Fünf, äh, 23 Stunden Darky, kommst du denn rein? Voller Kacke, Alter Ey, ich war gerade drin, ey Na, warte, wir können doch dann einfach Nein, wir können doch dann privat zocken So, dann... Darky, einfach Beste Mach dir einfach, äh, dann wir gegen Rest Bleib's dann wenigstens hier drin? Muss gleich sowieso irgendwann essen Okay, wollen wir... Darky, Darky ist klar und ist einfach der Beste Okay, wollen wir... Darky ist klar und ist einfach der Beste Darky ist klar Okay, ab jetzt habt euch alle strafbar Bis zu 90 Minuten, also wenn wir da, dann können wir einige Folgen füllen Was? Was? Einfach nur mal annehmen Hauptsache... Hä? Hauptsache 30 Minuten gibt's bei mir Essen Ja... 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 Es kann bis zu 90 Minuten dauern Ey... Da... Können wir mal alle annehmen? Hallo... Ihr habt alle angenommen wahrscheinlich Wer nimmt nicht an? Geht doch War bestimmt dieser Link-Liker Ja... So, jetzt... Hier haben wir auch... Das Spiel da hatten wir in Abge... 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 So... Ich muss ja mal bitte fragen, ob ich die am PC... Ich muss ja mal bitte fragen, ob ich die am PC... Ich bin einfach nur ein... Uuuuuh... Und wieder Aufwärmphase... Wieder das... Wir spielen jetzt mal momentan nur das... Wir werden später wechseln... Und dafür, dass wir später vielleicht doch mal eine private Runde irgendwie machen... Ja... Deswegen ist er schafft... Wenn er wieder da ist, vermissen... Ja... So, ich bin drin... Ja... Auch auch... Hab schon wieder ein Geschenk bekommen... Nein, das ist... Ja, das ist immer so... Das ist immer noch... Ich hab noch nie... Locked... Da kommen zwei... Weiß nicht warum... Aber ich will immer mal ein Teamkamera schießen... Kriegt der Schaden, wenn ich in den Kameras schieße? Nein... Irgendwann kriegst du auch eine Strafe davon... Dann fliegst du auch raus... Ja... Bleib von hinten... Sie legen gleicher hinter dir... Ja... Block mich noch nicht... So... Ja... Mann... Dieser AWP-Misskinder... Alter... Die ganze Zeit... Immer nur AWP... 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 Das liebe ich ja, ne? Och... Da sind zwei Stück... Wenn ich lockte... Der hat sich recht... Wuh... AK... Von... Ah... Na da... Kannst du für nichts... Vier... Drei... Zwei... Eins... Hey! Granate geworfen... Mess... Ok... Kevlar nicht vergessen, ne? Hat das noch nie hier... gemacht... Äh... Hol' ne Ausrüstung Kevlar... Ich... Ich... Oh... Wir... Wir gehen short... Was gehen wir? Oh Gott... Darf uns einfach alle nach... Ok... Kann man denn... Also... Gucke... Wo wir jetzt langlaufen... Mit dem Messer gehen? Ja... Die Toren da, ja Leo? Da sind... Das long... Okay... Die short... Das long... Katas ist der Tonne da unten... Ja, Katas kenn ich... Und ich bin fast mit short... Habt ihr auf Feuerstoß oder auf Nummer... Pfff... Mega... Boah... Bin ich lange... Boah... Von hinten... Hab ihn... Ok... Was? Noch einer von hinten... Hab ihn... Clear... Einer Tor, einer Tor... Einer ist... Einer ist beim Spot... Einer ist beim Tor... Mit P... Äh... P2000... Einer ist beim Spot... Hab ihn... Nice work! Ja, und der andere ist beim Spot... Beim A-Spot... Geht da beide zusammen drauf... Ja, da hinten... 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 Ich lock den... Ich lock den... Nein, hol... Saki gegenüber... Ah... Ja... Sie geht hinten... Ja, genau das tut er doch... Sie... Nicht er... Hör, ich hab die Bombe... Headshot-Rampe... Pass auf... Hinter dir ist der... Hinter dir, Leo... Mist... Ich hab die Füße... Einfach voll dabei... In meiner Cam... Geh nach hinten... Genau... Geh nach... Geh nach hinten... Nein... Hinter dir! What the f... Nein! Der ist übel angehitzelt... Der ist runter... Runter, runter... Runter, runter... Runter, sprung... What the f... Nice work! So sieht man... Die leckt übel bei mir... Ja... Das ist unser Vorteil, wir haben jemanden, der leckt. Ich habe einen Leggy Boy. Man kann aber den Vorteil nicht stolz sein. Leon, guck dir mal meine hübsche Waffe an hier. AWP? Nein, es geht. Wir gehen über Long, oder? Ich mach eine Diegel-Spar-Runde. Diegel-Spar-Runde gibt es zum Beispiel schon gar nicht. Drei Stück, Drei Stück, Drei Stück. Ich habe sie mal Fee, ihr müsst vorgehen. Weg da, weg da, weg da, weg da. Wer fährt denn da so rein? Ich. Hinter dir. Ach. Komm, du kommst weg. Nein, der ist da drin, der ist da drin. Ben, geh rein. Spray einfach weg. Da steht rechts. Der ist links. Rechts. Oh, ne, doch nicht. Komm! Kriegst du, kriegst du, kriegst du! Nein! Oh, fuck. Ben, was habe ich dir über diese Waffe gesagt? Aufm Boden fliegen, aber wenn ich visiere, ist das eigentlich in Ordnung, vollkommen. Aber ich habe diesmal nicht visiert. Mann, ich war eine Star-Runde. Ich auch. Gehen wir hin, ich habe nur Dings. Ich habe nur eine OMP. Äh, B-Rush. Na, B-Rush ist gerade... Hör auf, nicht schießen, aber... Nein, ich habe die CZ hatte ich. Dann sag du einfach, frag du einfach. Dann sag ich dir, das ist voller Automatik. Ja. Okay. Wir haben hier gleich... Ja, Flash, voll Flash, sehe nichts mehr. Ich bin auch voll Flash. Wir gehen über die Mitte, wir gehen über die Mitte zu Art Short. Darf man im Spiel nicht reinrennen? Nein, das ist... Ich einfach reinrennen. Du musst überlegen. Das YOLO ist richtig kacke. Okay. Ben, pass auf. Ich gehe vor, ich habe 14 AP, deswegen. Links. Nice. Cut us! Cut us! Cut us! Nice. Dann brauchen wir noch immer mehr Geld. Wie lange geht das jetzt? 30 Runden? Bist du 16 Runden. 16 Runden. Wer will die Bombe haben? Wer will die Bombe haben? Ich möchte die Bombe. Musst du aufnehmen. Ich bin hier. Die liegt da, die liegt da, die liegt da. Oh mein Gott. Kann ich die aufheben? Einfach überlaufen. Einfach überlaufen. Wo gehen wir lang? Keine Ass. Habe ich jetzt die Bombe? Nein, auch nicht. Warte. 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 Warte, ich öffne den Flamme. Ja, Mann. Nein, lass. Die liegt, die... Der ist rechts. Der ist rechts. Ah. Ja. Double Barretas. B-Rettas. B-Rettas. Tut mir leid? Toll. Ja. Ah. Ich kam mit der UMP sehr gut klar, muss man sagen. In dem Moment. Und... Machen wir mal. Wo gehen wir lang, Kinders? B. Ich geh aber lieb durch die Mitte zu B, ja? Wenn einer noch mitkommen will, aber nur einer. Ich komm mit. Ja. Ich wirf aber erst ne Flash. Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Der ist Full Flash. Der war Full Flash. Ja, Jan, Schott kommt jetzt. Und ein Cutter ausgehender Eingang. Komm von hinten. Vorsichtig, nicht reinrennen. Nice work. Da war noch ein Zweiter. No. Hinter dir. Hinter euch. Hinter euch. Ich... Wer hat mich angeschossen? Ja. Lässt da oben. Also nicht da oben, sondern... Komm das zu dich. Ja, ich musste zu lang warten. Ja. Ja, ich hatte sieben Leben. Zwei. Weil sogar nur? Zwei. Wird doch mal gerunden, gewächst zwischen... Ja. Ja. Ja, bei 15 Runden wird gewechselt. Wo gehen wir lang? Hm, hm, mal überlegen. Schott. Bin ja einfach B und Kevlar, oder? Na ne. Ich hab jetzt keinen Kevlar, ist das schlimm? Schott? Immer Kevlar kaufen. Immer Kevlar kaufen. Kevlar und Helm ist das Wichtigste. Außer Sparwunde, da kaufst du ja gar nichts. Nice one. Ich renne vor, warte. Bin so tot, ne? Da ist einer hinten. Hinter den, äh... Explosionskanal hat das nicht geholt, ne? Unten bei Cutters ist einer. Hilfe, der Cutters. Ja, ich konnte nicht schießen was vor. Leg die Bombe, ne? Also der kommt von Cutters. Leg die Bombe, ne? Was steht denn da hinten? Ich geh da hinten. Ich geh da hinten. Ich geh nach da hinten und guck. Boah, dieser Name vor Pinky ist echt hübsch. Unten zieht die Bombe. Nice one. Job. Alter Leon kommt jetzt ins Spiel rein, ja? Ja. Was ist? Kommst du ins Spiel rein? Dankeschön. So. So, erstmal jetzt hier in Kevlar und Helm holen. Kevlar und Helm holen. Wenn ich grad nichts kann, könnt ihr immer alle was, ja? Ben Elfkes. Wo gehen wir lang, Kevlar? Ich kann auch gar nix. Lass mal ein B rein und warten, bis wir zwei Leute geholt haben. Kämpfen wir. Vor, warte, genau. Jetzt. Jetzt schleichen. Jetzt anfangen zu schleichen. Flashbang. Boah! Das war meine eigene Flashbang. Warte, ich werf auch noch eine? Nein, 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 nein. Einer deckt da unten den Tunnel-Dings. Und einer deckt hier. Nicht zeigen. Am besten nicht zeigen, Leon. Nicht zeigen. Hinter die Kisten. Hinter die Kisten. Stößt offener als, äh... Cutt das unten vom Zweifel. Die haben nicht so weit gehabt. Granate drauf rein. Kommt da nicht alle vorne. Da ist einer. Nicht gehen durch. Pass doch einer auf, dass er nicht vom Spot ist. Wo sieht man denn, wenn man den geflasht hat? Ja. Ja, Mann. Muss ich nachladen. Ja, und einfach dreht sich und trifft den genau. Ja, langsam habe ich auch keine Taktiken, die wir machen können. Bin einfach dafür. Und die ist richtig gut, Mann. Einfach dafür, dass wir uns gangen. Ja. Was machen wir jetzt? Hm? Du musst auf jeden Fall ein bisschen pastiver spielen. Äh, lass mal Short gehen. Ja, Short. Ohne Smoke geben wir den Short. Könnt den AWP erstellen fest. Fickt uns eigentlich immer alle. Schauen wir dann mal. Warte, ich wirf ne Granate? Wenn du die Scheiße wirfst, ist es, ist vorbei. Da war einer. Ja. Das war ne gute Granate von mir. Was? Ja! Genau! Er holt uns beide. Der ist Full Flash. Alle, alle drei Full Flash. Was? Wenn du duckst, ist dein Visier aus dem Kleiner. Bei mir ist es gleich groß. Bei A, A, A. Bei A Short. Einer kommt von hinten. Bei A Short. Da. Ja. Ja. Es war über, über lustig. Hier haben alle Puffe einfach durchgerutzt, ey. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße drauf. Heute mach ich dich. Ich hab die Bombe. Hauptsache, der eine schreibt La... Ja, gut. Wir machen einfach die Taktiken, die wir Taktiken wollen. Wollen wir da warten oder was hier, oder? Rushen. Ich bin dafür... Rushen. Ich geh einfach durch die Mitte. Hinter uns. Ich hab gleich einen Headshot kassiert. Ich hab mir sogar einen Kill gesehen, muss man sagen. Ich glaube, die Echo kassieren immer einen Headshot. Cutter ist unten, Cutter ist unten, der Dyspaar da. Der ist, der ist Full Flash. Wenn der Full da drin ist. Da oben, oben, oben hat er noch. Ach, komm. Ach, komm. Ja, außer... Ja. Der war gut. Die Aktion war gut. Ja, der steht da oben. Der steht da oben noch. Vorsicht, der... Ja. Äh, ist klar, alter. Ja. Alter, voll der Penner. Nein, ich kann mir nichts mehr kaufen. Jan, mach nen Echo. Meine Waffe. Meine Waffe. Meine Waffe. Ja. Ben, aus. Wo wir... Wie komisch, dass wir, äh, in bestimmten Runden da... Ben! Wo, 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 wo war ihr hin? Jungs! Wer hat meine Waffe nicht jetzt schon wieder verloren? Hab die wieder weggeworfen. Nein! Da hinten! Ja! 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 Dieses Auto. Diese missgeburten Teile von Autos. Der kommt von... Der kommt... Der kommt links! Ja, da! Oh, von hinten! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Ich hab' den 22 Schaden gemacht mit drei Schüssen. Ist klar. Ach, alter. Kann das sein, dass die übelgut sind? Ja, die sind eigentlich nicht so gut. ich habe einfach nur glück dass ich lege ich habe die bombe ne und das tust du meistens bei darky unten rum warte was das war falsch bei toni unten rum ich habe einen auf der mitte geholt wie bitte was dann? guck mal oben rechts kann er sein dass der von hinten kommt du messgeburt mann awp alter hier von hinten von der seite wie oft gibst du welchen headshot ich mit der waffe gut einer war einer war einer war einer war kommt mal alle rein ihr seht doch dass es ein muted channel ist ähm einer war genau warte warte Leon bei dir war der rechts eben da saß er mit seiner Awe bei mir der hat mich da gekillt ja der sitzt ja aufs bord Leon einfach nur ganz kurz gucken gehen auf er da sitzt und nicht in die Hocke das ist ein Fehler da sitzt er da sitzt er ja der ist der geht zurück geht weg da weg da weg da hingucken weg gehen ok zwei einfache regeln bombe ist dort noch einmal das problem ist du hast die bombe gehabt darky renn einfach ganz schnell hin oder rennen wir zurück wenn du es schaffst ja genau da nice work nice work komm mit B geht B geht B Wieso geht der langen B weil der letzte sitzt doch eh auf Spots auf A-Spot ja der der wird wohl jetzt so schlau werden plant ganz schnell ja plant dann geh nicht dahin doch lass ihn lass ihn genau dann rennen und kehrt so zu die Awe bitte sterb jetzt nicht er stirbt darky warte ich hab sein Kopf nicht gesehen oder das Kollege blatt nach pssst pssst oh Gott das ist ein Fehler was Duffy gerade macht ja warte 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 einfach leise blatt nach Duffy boah der wächst zurück Seite Seite von rechts boah die Erfe Duffy boah die Erfe ja das wird schon egal scheiß drauf nice work ey die Party-Karte mit einer K kaufen wie habt ihr eigentlich alle wie habt ihr eigentlich alle kein Geld Alter ok ich hab auch noch 50 weil ich mir gerade eine Awe gegönnt habe warte ich leg die dort hin wo waren wir hin wo waren wir hin wo waren wir hin wo waren wir hin 2b ich renne einfach ich renne einfach da wo die Masse hin rennt 2b 2b ok 2b vorsichtig wie vergesse ich vor ne ich kriege einen Level an der Headshot vorne rechts 3b jetzt gehen alle weh vorsichtig da da stehen 2 Katast der ist tot Rigelbert Rigelbert Dojok ist da Rigelbert Dojok pass einer auf dass sie nicht von hinten unserer von unserem Spot kommt ja 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 ich bin hast du ihn gekillt da oben einer von unserem Spot ja einer von unserem Spot nein 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 nicht anschießen nicht anschießen das bin ich das bin ich das bin ich ganz ruhig kriegst du dadurch Schaden ja Deal 7 Schaden hab ich bekommen oh das tut mir leid ich hab gedacht du wärst ein Gegner ja ja ich bin auch mit hochgegangen ich bin auch mit hochgegangen könnt ihr mich decken ich plante ja ja plante 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 so nur noch einer ja so jetzt wollen wir mal gucken ja einer einer wir müssen den Cutters stehen wir müssen überall stehen wir müssen überall stehen den Cutters wir sind halt auf A Spot auf B Spot stehen bleiben stehen bleiben ja aber wenn wir dumm stehen dann holt er uns pscht nicht bewegen bleibt doch mal ruhig Leon bleibt mir stehen pscht ja irgendeiner läuft ja Leon und Tickeck glaubt nein ich bin doch nicht der ist auf K der ist auf K der ist auf K da hätte sie das doch messern können ja nicht so reden wenn ich sage ich hör das Piepen nicht dann gut der hat mir ne Arfe freiwillig geschenkt ja der ja ich will ich will die Bombe nicht haben ich will ich will ich will wo gehen wir jetzt hin ich will auch in Mani die Bomba wo gehen wir jetzt hin Jungs warum nicht ich will ich will ich will A sagen das war cool die Bombe wollen wir jetzt an zwei A und Bs A long oder was keiner ist zum B gegangen hab ich's noch nicht gesehen kann dann gehen wir zu B dann kommst du mit mir ich lege schon von hinten ja ich leg die Bombe du bist schon da du bist schon da ja ich hab ja bei dir Leon bei dir Leon der eine müsste noch AFK sein der B naja kann vielleicht so ich komm zum Spornrennen ja der eine ist AFK warte ich mach also spielt ihr nur gegen einen gerade da kommt der Kunde da kommt der Kunde das ist das Bord das ist ein ein Tor ha eigentlich steht mal oben wo auch ein steht da oben joh da wurde wo da wurde die Granate genau durch die A soll ich wenn du hast noch eine Aube ne nein dann hol ich mir als eine Aube die Aktion war die Aktion war sehr gut die Aktion war sehr gut muss man einfach mal sagen wo wollen wir jetzt wissen minimal 2 A also oh Gott wer hat sich keine Autos ich bin zu B naja da da ich bin hinter dir ich bin hinter dir hab ihn oder da kehrt ihn er ist mir gerade eigentlich von meinem Visier gelaufen ich denk mal eben hinten von der Seite warte da hab ich da hab ich da mit links drauf geschossen ja da ist einer mit AWP drin ich hab geschossen da ist einer mit AWP ne da ist einer trotzdem gerade mega leg von hinten kommen sie ich hab 8 HP oh ja Jinspa alter missgeburt kommt äh cutters unten zwei stück zwei stück zwei stück cutters zwei stück ok ich komme komm von hinten zwei stück cutters da stehen sie doch schon wo waren die da ist verloren wo hast du gesehen Sven hinter dir Sven hinter dir Sven hinter dir Sven der ist rechts wow nice work Sven du beruhigst das jetzt der ist bestimmt AFK oder so Pst nein Nein, ist er nicht. Ruhe. Ich wollte jetzt AFK gucken, weil jemand das gesagt hat. Nein, der ist jetzt nicht. Der war nicht AFK, weil der mich gekehlt hatte. Nee, der wurde doch rausgeworfen. Der war AFK, der wurde aber rausgeworfen. Ja, stimmt, der wurde rausgeworfen. Ich brauche auch meine Ruhe, wenn ich alleine bin, also generell. Ja. Deswegen auch. Ich hätte mir die Schotze nehmen müssen. Ich geh. 8, 6. Leute, komm, wir führen immer noch. Ja, genau. Wir führen nicht. Einer kommt durch Cutters. Einer kommt durch Cutters. Vorsichtig. B ist keiner. Sicher? Da unten ist noch einer. B ist keiner. B hat einen Monotouch geworfen. Ich hab das beim Zweieren. Einer oben, einer unten. Was? Die kamen beide unten. Ich hab denen keinen Schaden gemacht. Komm von hinten. Wenn ich einfach so vertot war. Du, ich hab den zweiten ja schon angeschaut. Dann mach uns leise. Ich plante Bombe. Pst. Okay. Da kommen welche. Auf, auf, auf. Ja, das war's jetzt. Das war's jetzt. Ja. Ich geb dir einen Tipp Leon. Halt mich die ganze Zeit drauf. Ja. Auf Entfernung. Das ist kein COD. Das ist CSGO. Bei COD kannst du sprayen. Das ist scheißegal. Äh. Aber hier musst du Salve schießen. Like Ash. Oder mach, oder mach IC Schiffe. Ja. Okay. Wird jetzt gewechselt? Ja. Nice. Jetzt fickt mir die noch mehr. Die andere Seite ist viel einfacher. Nee, Tiki ist besser, find ich. Ja. Tiki ist einfacher, weil wir haben nicht zuerst am Anfang den Druck mit der Zeit. Ja. Ich geb B. Aber sobald die Bombe geplantet ist, da haben sie den Druck. Ja. Druck im Druck. Drei A, zwei B, also. Einer Short, zwei Long, ja. Bei euch. E-Short. Zwei Short, ein Long. Okay. Einer, 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 einer Short. Einer ist hier. Bei Long. Long. So. Okay, wir gehen zurück zu werden, komm. Geh durch Katast, aber. Ich hatte ihn doch fast. Wenn das übel. Alters, wenn, was hast du denn für den Gelder? Von, ähm, A Long kommt welche? Ja, durch die Mitte kommt halt. Katast kommt auch einer. Ja, die sind zu zweit da. Zu dritt jetzt. Ja, kann ich nix machen. Kann ich nix machen. Wo seid ihr denn alle? Ich bin in den Katast gestorben, weil da einer gekämpft hat. Und jetzt sind in der Mitte gestorben. Warum rushed er auch so vor? Hä? Wir wollten zu B. Ach, wir wollten, sollten zu A Long, ja. Weil da die Bombe war. Ja. Ja. Und das Wichtigste war, dass die Bombe einfach down geht. Und das Problem ist, zwei waren, ähm, Short. Ja. Was bringt's mehr, mit'n Schaltung oder ohne? Mit, mit, mit Schaltung. Ich hab eben ohne gemacht und hab, äh, Kill gerissen. Und's war recht cool. Long. Ich geh dies, ich geh diesmal Short. Ne, ich geh diesmal Long. Das Geilste, ich hab genau so viel Kills wie bei der Erste bei denen. Ey, entscheide dich! Ja, ich hab's grad verwechselt. Wer geht von euch durch die Mitte? Ich. Ähm, wie? Welcher? Der war nur einer, aber ich hab noch drei Konzentrieren. Komm von Cutters? Okay, ich komm doch nicht von Cutters. Bin tot von Cutters. Blauchtot. Hä, wie viel hat der denn noch? Wie schluckt der? Ähm, zwei bei Cutters. Mach jetzt vierte Schiffe, Sven, genau. Jetzt nochmal, fünf Schuss. Wo war ist der? Wo ist der, wo ist der? Er war bei Cutters. Ja! Ist klar, Hurensohn! Ist der Headshot! Ist richtig! Missgeburt! Wenn du zur Ecke kommst, dann ist deine Waffe, Sven. Hinter dir, Sven. Ja, du, ist vorbei. Schon, kann man sagen. Weil... Rechts, Sven hinter dir. Rechts, hinter dir. Ja, da irgendwo. Ja. Sind auf A drauf. Ja, sind auf A. Da bin ich gestorben! Ja. Wir sollten durch den CT gehen. Dort war einer, wenn du es gehört hast. Dort sind zwei. Was? Ja. Mein Aim einfach. Jan, wenn du ein höherer Rang bist, ja. Also, sag ich mal jetzt Lobelite, dann weißt du, was gute Spieler sind. Das sind eigentlich nur Luck-Shots. Ja, das ist trotzdem, es ging mir auch gerade auf den Penis, Alter. Ich geh mal long. Ich geh mal long. Ich hab jetzt, ich hab jetzt die 1-Skill. Ich geh cutters. Ich hab die 1-Skill drin. Ich hab die 1-Skill drin. Ja, bleib auf A-Spot, bleib auf A-Spot. Ja, bleib auf A-Spot, bleib auf A-Spot. Ich dachte, da ist nur einer. Ich kam zu spät, da war ich schon drin. Geh, Toni. Das ist deine P90? Ja. Letztlich. Loll, warum steht der denn hinter mir? Wo ist der eine? Der Fuß, der Fuß, der Fuß. Der Fuß, der Fuß, der Fuß. Der Fuß, der Fuß. Der Fuß, der Fuß. Der Fuß. Der Fuß. Ja, ich bin tot. Ja. Loll, bei einer Sekunde war das, das war mies. Da unten. Scheiße. Na unten. Trotz habe ich ihn noch. Trotz habe ich den Spasti noch gekillt, Alter. Hätte ich den noch gekillt gehabt, Mann. Das kotzt mich grad so an, ey. Scheiß drauf. Kein meiner. Ne. Kein meiner. Ne. Was machst du an Leon? Wuuu. Du gehst long, ich geh short. Komm mit dir short. Alles klar. Ne. Einer nur short. Nein, zwei short. Einer. Mitte. Mitte. Ja, Walter. Und short. Seiner. Ach, long, seiner. Meine KD ist für'n Eimer. Hier bei uns am Spawn. Alte. City Spawn. City Spawn. Und short. Oh Gott. Ja. Ey, ich musste mal. Wir hatten noch 15 Leben. Ja. Geil. Ja, die Bombe lag da, Alter. Das ist das Ding, hä? Wer ist denn mitgekommen? Die Bombe lag da, nämlich. Ja, das war's. Das ist ja KD ist für'n Arsch, Alter. Lack dir runterziehen. Schau dich runter. Oh Gott. Ach. Oh, das sind doch Mistgeburten. Haben die Bombe eigentlich noch geplantet, die Mistkinder? Ja. Kann ich noch eine Waffe kaufen? Mach einfach ein Echo. Ich hab'n Echo. Du hast 3000. Ja. Ich hab'n Echo. Ich hab'n Echo. Ich hab'n Echo. Ah, hier jetzt. Ich geh'n short. Ja, genau. Der hat an. Pass auf, Leon. Die sind, glaub' ich, Long. Ja, so ist einer Long. Oh, ja, deine Mutter! Bleib du mal da. Da ist nämlich einer. Mitte geht short rein. Geht short. Ja, das war's. Ich hab Expo gemacht. Ja, die Runden haben wir... Ja, wir haben verloren. Wir gehen missgeburten. Boah, Jan, nicht gleich beleidigen, Alter. Ja, ich hab den ja nicht gesagt. Oder? Was ja für den Gegnern ist das trotzdem, ist das schlimm. Ich geh long. Ich will long gehen. Ich hab keine Chance. Ja. Jörn springt da kurz, guckt nur und dann ist man tot. Weil er die ganze Zeit dahin... Hast du dir grad die AWP genommen? Ja. Da ist einer. Da ist einer short. Einer short. Einer long. Ich hab gehört, ich mach jetzt die nächste Runde ernst. Joni, wir machen jetzt erst die Bombe. Ah, einer short, ne? Wie lange du einfach gescoped hast, Leon? Da, da ist auch einer. Da war noch einer. Ja. Und jetzt machen wir ernst. Na ne, brauchen wir schon nicht mehr, Arz. Wir sind verloren. Ne. Neun Runden, die kriegen wir nie wieder rein. Wir haben jetzt auch schon eine AWPs und Autos, das hast du schon vergessen. Nein. Wir haben uns beide die beste Waffe, die es gibt. Long, ne? Und ich komm mit dir. Da sind zwei. Da ist einer. Ich hab keine Kevlar diese Runde, ne? Mir war das diesmal echt scheißiger. Hauptsache wir schaffen das jetzt. Bleib einfach hier stehen. Wir müssen schützen, auch wenn die da hinten sind. Ja, ist klar. Der hat an, wie dieser Blur hin. G.V. hat an, der hat mich einfach durch die Tür. Ich bin reingekommen, hat gleich der Zock gegeben. Ja, Leon, bleib du mal kurz da. Ah, sind zwei Leute. Okay, komm hin. Überschort, gerrarsch. By long. Ah, man ist mit dem Projekt. Ah, man ist mit dem Projekt. Renn, dann renn. Da, 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 da. Leon, komm doch zu A. Okay. Ne, der sollte, ich hab's gegen. Ja, wieso, wieso? Jetzt hatte er dich, der mich gerade eben unterstützt hat. Hattest du's geschafft und jetzt haben wir verloren. war schon gut also jetzt nicht so lange aber ich habe gesagt jetzt kommt ja ja aber als zwei von euch gelebt habt dann habe ich gesagt bleibt doch noch kurz ja genau muss ich noch so ein schlüssel kaufen ja für 80 ja ich muss jetzt essen gehen ne guten Appetit Dankeschön ich bin mal ganz kurz weg ne Papa oh schon mal gemacht machen machen mache ich mal eben ein Cut mach 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 mal kurz Cuti